Hast du solche oder ähnliche Aussagen auch schon einmal in deinem Umfeld gehört? Learning Management Systeme sind doch nur was für IT-Profis. Oder hast du dich eigentlich schon mal selbst gefragt, wie du das ganze Digitale verwalten sollst? Mein Name ist Kurt Söser und ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Webinar über Microsoft Teams. Wir werden gemeinsam einen umfangreichen Blick auf Teams werfen, wobei ich dir gleich meine Erfahrungen aus der Praxis für die Praxis mitgeben möchte. Das Webinar ist auf zwei Teile aufgeteilt. Vergiss also nicht auf Teil 2, damit du alle Möglichkeiten von Teams in deiner Klasse mit Gewinn einsetzen kannst. Ja, ich möchte gar nicht allzu viele Grundlagen von Microsoft Teams euch zeigen, sondern vielmehr meine Erfahrungen aus den letzten zwei, drei Jahren im täglichen Einsatz mit Teams in der Schule darstellen. Teams ist ja ein Teil der Office 365 Umgebung deiner Schule und somit kannst du das auch wunderbar vom Office Startscreen sofort wegstarten. Ich merke mir da aber immer ganz einfach auch die Umgebung bzw. die Webadresse teams.microsoft.com und dann komme ich eben direkt sofort in diese Umgebung rein. Hier empfehle ich auch gleich sofort aus der Praxis die Desktop App herunterzuladen bzw. dann natürlich auch sofort auf dem Smartphone die Mobile App herunterzuladen und dadurch kann ich Teams von allen Endgeräten aus benutzen. Teams ist dein One-Stop-Shop und du hast alles auf einem Ort beisammen und das ist wirklich praktisch, weil ich habe hier sofort die Aktivitäten in der sogenannten Ich-Leiste. Ich habe hier meinen Chat, ich kann sofort auf meine Teams zugreifen und wir werden uns heute natürlich auch den Aufgabenbereich ganz besonders anschauen für die Schule. Aber ich habe auch mit einem Klick sofort Zugriff auf meine Dokumente, die zum Beispiel in Teams gespeichert werden oder die ich auf meinem OneDrive liegen habe. Dann erstellen wir uns gleich einmal ein Team für den heutigen Workshop und zwar gehe ich hier oben auf ein Team beitreten oder ein Team erstellen. Da kann ich dann anderen Teams beitreten, sofern es schon öffentliche Teams in der Schule gibt. Ich könnte auch mit einem Code einen Team beitreten, dazu dann gleich später und hier habe ich schon die Möglichkeit ein Team zu erstellen. Und das ist hier ganz wichtig, dass man gleich zu Beginn das richtige Team auswählt, den richtigen Teamtyp, weil das kann man leider im Nachhinein nicht verändern und so definiert schon der Teamtyp dann genau das, was man später damit machen kann. Dann schauen wir uns vielleicht diese vier Typen etwas genauer an. Es gibt hier ein Kursteam. Ein Kursteam, wie der Name schon sagt, ist für Klassen, für Kurse gedacht. Das heißt, hier gibt es die Hierarchie unter Anführungszeichen zwischen Lehrer und Schüler. Das heißt, der Besitzer des Teams ist dann der Lehrer, die Lehrerin und die Mitglieder des Teams sind die Schülerinnen und Schüler. Und das Wichtige an der Stelle ist, dass ein Kursteam auch ein Aufgabenmanagement mit sich bringt und die allseits bekannten OneNote Class Notebooks. Also wenn wir uns weiter mit Kursbüchern und mit Klassen beschäftigen wollen, dann werden wir hier ein Kursteam dann anlegen. Ein weiteres Team ist das PLC-Team. Das würde ich empfehlen, wenn hier zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften, Professional Learning Communities zusammenkommen. Also wenn sich zum Beispiel alle Mathematiker in einer Schule vernetzen möchten, dann wäre das hier ein idealer Ausgangspunkt. Als drittes Team gibt es ein Mitarbeiter-Notiz, ein Mitarbeiter-Team mit einem Mitarbeiter-Notizbuch. Das ist natürlich dann der Fall, wenn der Direktor, die Direktorin mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also mit den Lehrer und Lehrerinnen hier zusammenarbeiten möchte. Und für alle anderen Teams empfehle ich immer auch die letzte Variante, andere Teams-Arten oder anderen Team-Typ. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn man jetzt hier, ich nehme ein blödes Beispiel, ein Schach-Club in der Klasse, in der Schule errichten möchte. Und dann könnte man hier zum Beispiel das über ein Team-Typ andere erledigen. Wenn ich also jetzt ein Kursteam erstelle, werde ich sofort nach einem Namen gefragt. Und hier gibt es auch ein paar Dinge zu bedenken und zwar immer die Schülersicht auch mitzudenken. Wenn ich jetzt nämlich einfach nur reinschreibe, Klasse 1a, dann wird es für den Schüler schwierig, wenn er jetzt Mitglied in mehreren solchen Teams der Klasse 1a ist, zu unterscheiden, wo kommt denn das her. Und dazu mein Praxistipp, ich empfehle immer so die Teams anzulegen und so einzurichten, wie es auch in der Praxis, in der Schule, wie die Gruppen zusammengesetzt sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Mathematikklasse habe, dann werde ich das Ganze eben Mathematik nennen, beziehungsweise die Abkürzung vielleicht MAM heißt es bei uns und dann würde ich auch die Klasse dazu schreiben. Das heißt, wenn ich wieder auf meine 1a gehe, dann ist es die 1a Mathematik. Eine weitere Empfehlung von meiner Seite, die sich in den letzten Jahren einfach immer wieder gezeigt hat. Und es macht viel mehr Sinn, wenn man immer jahrgangsmäßig abrechnet. Das heißt, ich empfehle hier nicht fortlaufende, aufsteigende Teams einzurichten. Das heißt, ein Team und das wird dann vier oder sogar acht Jahre lang benutzt, sondern immer jedes Jahr oder sogar jedes Semester ein neues Team anzulegen. Und dadurch empfehle ich auch immer sofort, irgendwie die Jahreszahl reinzubekommen. Bei mir ist das immer so, wenn ich hier zum Beispiel das Sommersemester 2020 in der 1a Mathematik unterrichte, dann bekommt dieses Kursteam diesen Namen. Dadurch hat der Schüler auch eine schöne Übersicht, wie er in welchen Teams er ist. Das heißt, es gibt dann ein Sommersemester 2020 1a Deutsch, ein Sommersemester 2020 1a Englisch. Und so steigt er dann automatisch auch im nächsten Schuljahr oder im nächsten Semester in das neue Team ein. Das hat alles Vor- und Nachteile. Mein größtes Argument oder mein wichtigstes Argument, warum ich so Teams aufbaue, ist folgendes. Wenn ein Schüler jetzt beispielsweise in einem aufsteigenden Team, das heißt, wo er zum Beispiel vier Jahre drinnen wäre, in der dritten Klasse sitzen bleibt, dann müsste man ihn als Lehrer rausgeben aus diesem Team. Man müsste ihn rausschmeißen und dadurch verliert er Zugriff auf alle Dinge, die er in den letzten zwei, drei Jahren so gemacht hat. Und darum empfehle ich immer, die Abrechnung, die Erstellung der Teams genauso anzugehen, wie man das auch in der Schule, diese Klassen abrechnet. Zusammengefasst könnte das ungefähr dann so aussehen. Das heißt, ein Schüler ist Mitglied in verschiedenen Teams im Jahr 2018 hier dargestellt und im nächsten Schuljahr dann 2019 in der aufsteigenden Klasse. Und dadurch ist es immer sauber, wie in einem Kurssystem zugeordnet, in welchem Team er dabei ist und hat dann auch im Laufe seiner Schulkarriere immer alles schön dargestellt. Der Aspekt, der da noch reinkommt, ist auch von der Backend-Seite, das heißt, vom Administratoren-Seite ganz interessant. Das heißt, ich kann hier als Administrator der Schule, als Verwalter auch immer schön einsehen, was sind die aktiven Teams, braucht man die noch, kann man die schon weglöschen. Und damit hier kein Kudelmuddel zusammenkommt, ist es einfach wichtig, dass hier eine eindeutige Benennungsstrategie in der Schule verfolgt wird. Darum empfehle ich auch, dass in der Schule beim Erstellen von Teams koordiniert vorgegangen werden muss, beziehungsweise dass man das Team erstellen auf wenige User beschränkt. Man kann das Ganze dann auch noch mit Hilfe eines Microsoft-Tools erledigen. Das heißt, damit muss nicht jeder Lehrer seine eigenen Teams anlegen. Es gibt hier School Data Sync und dadurch kann im Bulk, wie das so schön heißt, im Bulk, die Teams alle angelegt werden für ein Schuljahr, für die gesamte Schule. Das ist wirklich sehr einfach und sehr praktisch, weil ich dadurch eine einheitliche Struktur für die Erstellung und für die Verwendung von Teams erhalte. Gut, wir werden also jetzt unser Team einmal erstellen. Das geht ganz einfach in zwei Schritten. Das Team ist eigentlich schon erstellt. Und im zweiten Schritt kann ich jetzt die Studenten, also meine Schülerinnen und Schüler hinzufügen. Das geht wahnsinnig einfach. Ich brauche hier ganz einfach nach meinen Namen, nach meinen Schülern suchen. Wenn Sie in der Office 365 Umgebung dabei sind, dann kann ich Sie hier sofort auswählen. Das geht aber auch noch schneller. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel meine Star Wars Klasse wiederverwenden darf, dann merke ich, Office 365 greift hier auf die dahinterliegenden Gruppen zu und ich kann hier mit einem Klick meine Schülerinnen und Schüler sofort hinzufügen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Lehrer. Das heißt, ich kann hier auch Co-Lehrer hinzufügen und dadurch kann ich hier sofort mit jemanden anderen dann gemeinsam arbeiten. Ich werde hier noch ganz geschwind für weitere Zwecke dann noch ein paar andere Star Wars Charaktere hier hinzufügen, damit wir auch dann sauber etwas darstellen können. Also hier habe ich jetzt hier meine drei Schüler dabei und das Team ist eigentlich einsatzbereit. Schauen wir uns jetzt einmal zuerst die Kommunikation an, die in Teams stattfinden kann. Ich empfehle hier immer sofort gleich, nicht alles in dem Kanal allgemein zu erledigen, sondern sofort auch einen neuen Kanal zu erstellen. Das heißt hier als Teambesitzer, als Lehrer kann ich hier sofort einen Kanal hinzufügen, werde hier gleich Kommunikation als Beispiel für die Kommunikation als Kanal einsetzen. Vielleicht noch ein paar Hinweise, es werden Kanäle immer alphabetisch sortiert, deswegen hat sich bei mir eingebürgert, dass ich immer die Kanäle auch mit Zahlen vergebe. Das heißt 01 Kommunikation, beziehungsweise was auch ein sehr nettes kleines, ja ein sehr netter kleiner Praxistipp ist, ich verwende wahnsinnig gern auch die Emojis von der Windows, das da durch ganz einfach mit Windows und Punkt aufzurufen. Das heißt, ich kann hier auch wunderbar ganz einfach solche Emojis einfügen und habe dann auch sofort noch optisch ein bisschen eine aufgewertete Kanalliste. Ja, die Beschreibung ist immer ganz praktisch, um zu sagen, worum geht es hier. Also wir schauen uns hier zuerst einmal die Kommunikation an. Und was ziemlich neu ist, man kann hier auch mit dem Datenschutz festlegen, dass man private Kanäle erlegt. Das werden wir uns dann später noch anschauen. Für gewisse Szenarien ist das sehr, sehr praktisch. Was ich immer empfehle im Schulbereich ist, dass man diesen Kanal automatisch in der Kanalliste aller Benutzer anzeigen lässt. Dadurch wird jeder, der auf dieses Team einsteigt, sofort diesen Kanal auch sehen. Gut, wir haben hier jetzt den Kanal Kommunikation erledigt und können schon mit unserer Kommunikation starten. Schreibt einfach rein, Hallo Klasse. Ist ja nur eine Testklasse gerade. Und wir haben hier unser, ja, ich würde fast sagen soziales Netzwerk, unser internes soziales Netzwerk, mit dem man natürlich unsere Kommunikation innerhalb und außerhalb der Klasse abbilden kann. Ich möchte heute eher weniger auf die Grundlagen von Teams eingehen, das habe ich schon erwähnt, sondern vielmehr auf die Tricks und Tipps aus der Praxis. Das heißt, ich sehe hier auch sofort, im Kanal 1 Kommunikation hat sich schon jemand zurückgemeldet, weil es eben fett hinterlegt ist. Und ich sehe, der Luke Skywalker hat hier schon etwas zurückgeschrieben. Das heißt, es ist auch sehr praktisch, den Schülern zum Beispiel zu sagen, diese sozialen Interaktionen zu verwenden. Also ich mache das wahnsinnig gerne, dass man hier dann auch von den Schülern einverlangt, dass sie hier mit Likes arbeiten. Das heißt, wenn hier zum Beispiel ich eine neue Nachricht verfasse, bitte morgen nicht vergessen, 5 Euro mitzunehmen, dann kann ich immer von den Schülern verlangen, wenn sie in Teams dabei sind, ja, es gibt keine Lesebestätigung, aber sie können hier vielleicht ein Like setzen, werde das kurz als Luke Skywalker machen. Und dann sieht man eben auch schon, okay, wer hat das geliked? Und die Reaktionen sind dann praktisch so eine Art Lesebestätigung. Eine andere Sache möchte ich auch noch zeigen, was ich ganz gerne einsetze, ist eben nicht nur diese klassischen Einzeiler, sondern diese Unterhaltungen, diese längeren Nachrichten. Und dazu verwende ich sehr, sehr gerne nicht nur Unterhaltungen, sondern auch Ankündigungen. Und wie soll es anderes sein? Der Lehrer ist dann auch noch oftmals der Drache. Das heißt, ich mache hier auch eine Illustration und verwende dann immer den Drachen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Man kann auch etwas Eigenes hochladen. Und dann kann man hier zum Beispiel auch längere Dinge durchgeben. Hier zum Beispiel den Schularbeitenstoff oder was auch immer. Und hier auch folgende Nachrichten dann auch länger verfassen. Ich habe hier jetzt einmal einen etwas längeren Text einkopiert. Das heißt, hier ist der Schularbeitenstoff angegeben und möchte dann auch hier noch etwas weiteres Wichtiges aus der Praxis zeigen. Es ist ja so, dass diese Ankündigungen zwar bei allen erscheinen, nur manchmal übersehen es die Schüler bzw. muss man sich auch immer wieder darauf hinweisen, hast du ein Team schon nachgesehen. Man kann das Ganze auch wunderbar nicht beschleunigen, sondern unterstützen mit den sogenannten Erwähnungen, mit den Mentions. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel mit Ad sofort die Liste meiner Schülerinnen und Schüler, meiner Teammitglieder aufrufen. Ich kann hier zum Beispiel sagen, Ad Luke Skywalker, machen wir folgendes. Bitte nicht vergessen, du musst dann auch noch nächste Woche den Test nachholen. Was meine ich damit? Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber jeder in diesem Team, jede in unserer Gruppe, in unserer Klasse kann das lesen, kann den Schularbeitenstoff lesen. Der Luke Skywalker bekommt dann aber auch zusätzlich noch eine Benachrichtigung und das ist dann sehr interessant. Wir werden das dann im weiteren Verlauf sehen, wenn man die Aufmerksamkeit auf gewisse Punkte, auf gewisse Dinge in unserem Microsoft Team lenken möchte. Was ich auch immer mache, ist, dass ich hier das Ganze auch als wichtig markiere, wenn es natürlich wichtig ist und man sieht hier oben auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier ist es so, dass jetzt jeder antworten kann. Ich könnte diesen Beitrag als moderierten Beitrag definieren. Das heißt, es bleibt dann einfach nur eine Ankündigung oder was ich auch sehr häufig verwende, ist zum Beispiel in mehreren Kanälen posten. Was bringt das oder was gibt es da für ein Einsatzszenario? Wenn ich jetzt beispielsweise schon vier, fünf, sechs Teams, also Klassen habe, dann kann ich eine Nachricht sofort dorthin posten und brauche das nicht immer sofort schreiben. Es ist halt so, dass hier Teams ein bisschen anders angedacht ist, nicht wie E-Mails, sondern hier habe ich wirklich ein soziales Netzwerk, eine Art soziales Netzwerk. Das heißt, ich kann in meinen Gruppen wunderbar die Nachrichten posten. Das werden wir hier gleich auch einmal machen und dann erscheint es wunderbar im Beitrag. Vielleicht eine wichtige Sache noch dazu. Jeder eigene Kanal hat eine eigene Beitragsschiene und das ist gerade am Anfang für Schüler immer ganz schwierig, dass sie dann auch in dem richtigen Kanal drinnen sind. Darum auch die Kanalnamen gut und sinnvoll benennen, nicht so viele Kanäle anzulegen. Das ist auch ein kleiner Tipp von mir. Das heißt, so maximal zehn bis 15 Kanäle damit arbeiten und nicht alle auf einmal. Das heißt, ich arbeite in der Schule immer mit Themen-basierten Kanälen, also Thema 1, Thema 2 und wenn ich dann wieder ein neues Thema im Mathematikunterricht anfange, dann kommt einfach ein neuer Kanal hinzu. Es bleibt aber euch vollkommen selbst überlassen, wie ihr das organisieren möchtet. Wie gesagt, ich organisiere mich themenweise und lasse den allgemeinen Kanal relativ schnell beiseite. Der soll wirklich nur für ganz allgemeine Dinge zur Verfügung stehen. Ich habe gleich auch eine Antwort wieder erhalten auf den Schularbeitenstoff. Das heißt, der Luke Skywalker hat hier sogar mit einem GIF geantwortet und wichtig ist hier vielleicht auch sofort den Unterschied klar zu machen zwischen Antworten und Neuunterhaltung. Auch hier wird viel in der Schule unter Anführungszeichen falsch gemacht. Das heißt, ich antworte hier ganz kurz drauf, sogar mit einem Emoji. Wer das nicht möchte, der kann das Ganze natürlich auch unterbinden. Das heißt, ich gehe hier in Team verwalten und in den Einstellungen kann man ganz viele Einstellungen setzen. Und hier ist es eben unter Spielereien. Also wer die GIFs, Memes und Emojis zum Beispiel nicht haben möchte, kann das natürlich auch wieder abstellen. Ich finde es ganz lustig und ganz spannend und so entsteht wirklich ein soziales Netzwerk, das wir in der Klasse wunderbar nutzen können. Kommunikation ist ja nicht nur auf Chat beschränkt. Das heißt, hier mit asynchroner Kommunikation kann man natürlich schon viel abbilden. Aber Teams bietet auch die Möglichkeit, Live-Besprechungen zu machen. Das heißt, ich kann hier Videokonferenzen und vieles andere sofort durchführen. Werde das Ganze mal kurz ausprobieren. Das heißt, ich kann hier entweder sofort eine Besprechung starten oder das Ganze auch planen. Und da aus der Praxis, ich mache das wahnsinnig gerne, eine Online-Sprechstunde für meine Schülerinnen und Schüler. Das heißt, ich plane hier zum Beispiel für nächste Woche Montag um 17 Uhr abends eine halbe Stunde eine Besprechung. Hier könnt ihr Fragen zur Schularbeit stellen. Dadurch kann man vielleicht auch ein Metaziel erreichen, dass die Videokonferenzen ihren Schrecken verlieren. Es ist wirklich sehr praktisch und einfach, das zu erstellen. Ich werde das auch sofort hier in den Kanal Kommunikation posten. Könnt ihr jetzt noch jemanden extra einladen? Ich werde vielleicht noch extra die Lea Organa einladen und plane das Ganze. Dadurch ist dann ab Montag diese Online-Sprechstunde zugänglich. Das heißt, ich brauche hier dann nur draufklicken und jeder, der in dem Kanal Kommunikation, also die Schüler, die da auch drinnen sind, können hier wunderbar diese Möglichkeit nutzen und dann eine Videobesprechung machen, wo man ja nicht nur einfach face-to-face miteinander kommunizieren kann, sondern zum Beispiel auch den Bildschirm teilen kann und so vielleicht noch andere Beispiele oder andere Probleme direkt vorzeigen kann. Kommen wir nun zum Arbeiten mit Dateien. Ein paar Best-Practice-Beispiele. Ich habe dazu einen eigenen Kanal angelegt und werde hier gleich einmal ein paar Dateien hinzufügen. Ich sehe, hier hat auch Luke Skywalker schon etwas hochgeladen. Die Büroklammer erlaubt es mir, hier ganz einfach Dateien hinzuzufügen und zwar von verschiedenen Orten, vom Computer, von meinem OneDrive, was ich auch zuletzt verwendet habe und auch aus anderen Teams und Kanälen. Ich werde hier einmal auf mein OneDrive gehen. Hier habe ich ein paar Beispieldateien und zum Beispiel ganz einfach dieses PDF hier hochladen. Was passiert im Hintergrund? Vielleicht ein kleiner technischer Hinweis. Das Ganze ist nichts anderes als, dass eine eigene Kopie in die Teams-Umgebung hochgeladen wird und das hat den riesengroßen Vorteil, dass hier sofort alle Team-Mitglieder, das heißt alle Schülerinnen und Schüler, sofort darauf zugreifen können. Ganz besonders möchte ich darauf hinweisen, dass es überhaupt kein Problem ist, auf verschiedene Dateientypen hier anzufügen. Das heißt, ich werde hier mal ein PDF, ein Excel, ein Word und vielleicht auch noch ein Audio-File hinzufügen und das Ganze ist überhaupt sehr praktisch, weil es irgendwie in die Gruppe gepostet wird und dadurch brauche ich das Ganze als User, als Betrachter gar nicht mehr herunterladen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel dieses Video-File einmal anklicken und bleibe in meiner Microsoft Teams-Umgebung, brauche ich das nicht zwischenspeichern, nicht herunterladen, sondern kann man das direkt online hier ansehen. Ich schließe das Ganze wieder, mache vielleicht hier auch noch einmal ein PDF auf. Hier haben wir dieses PDF, wo verschiedenste Übungsblätter dann dargestellt werden können. Und das ist schon ein riesengroßer Vorteil für die Schulumgebung. Alles bleibt an einem Ort beisammen. Stichwort Sammlung. Wo werden die Dateien jetzt alle hingesammelt, gespeichert? Wir haben hier oben neben den Beiträgen auch die Registerkarte Dateien und hier sieht man sofort, sind alle Dateien gespeichert, die in unserem Kanal 2 hier hochgeladen wurden. Das hat einen großen Vorteil und auch einen Nachteil. Der große Vorteil ist, dass alle Menschen, die in diesem Team beisammen sind, diese Dateien bearbeiten können. Und der große Nachteil ist, dass alle Menschen, die in diesem Team sind, diese Dateien bearbeiten können. Was meine ich damit? Es ist so, dass es natürlich jetzt ein anderes Zusammenarbeiten ist. Und wenn hier beispielsweise der Luke Skywalker seine Ausarbeitung hier hochgeladen hat, dann kann das nicht nur ich als Lehrer löschen, sondern dann können auch die Schülerinnen, die anderen Mitschülerinnen diese Datei ganz einfach wieder weglöschen oder wegkopieren beziehungsweise auch bearbeiten. Das heißt, für die Abgabe von Dateien, wenn es jetzt um Arbeitsaufträge geht, ist das eigentlich nicht wirklich geeignet. Und da gibt es dann etwas anderes, das Aufgabenmanagement. Für das Arbeiten mit Dateien im kollaborativen Sinn, das heißt, wo wir miteinander arbeiten, ist es natürlich grenzgenial. Das heißt, wir haben hier ganz einfach die Möglichkeit, nicht nur diese Dateien anzuschauen, sondern eben auch sofort miteinander zu editieren. Ich mache hier ein Word-Dokument auf. Das zeigt ein paar Word-Features, die ich mal ausprobiert habe. Den plastischen Reader, das Diktieren und so weiter. Und wichtig ist, dieses Dokument kann jetzt von jedem direkt in Teams bearbeitet werden. Das heißt, ich muss das nicht herunterladen, zwischenspeichern und so weiter, sondern kann hier sofort meine Änderungen anwenden. Könnt ihr vielleicht ganz geschwindet eine Farbe ändern. Und genauso geht das auch, wenn ein anderer User auf dieses Word-Dokument drauf geht. Ich mache das gerade nebenbei. Das heißt, ich hoffe, man kann gleich sehen, dass auch der Luke Skywalker hier sofort auf diesem Dokument arbeitet. Ja, hier sieht man es sofort schon. Und wenn ich jetzt auf dem anderen Gerät hier zum Beispiel etwas hinzufüge als Luke Skywalker, dann sieht man, dass hier das in Echtzeit kollaborativ funktioniert. Und das bietet unglaublich viele Einsatzszenarien. Eines davon möchte ich kurz aus meiner Praxis zeigen. Als Beispiel möchte ich etwas aus meinem Statistik- und Wahrscheinlichkeitsunterricht zeigen. Ich habe damals mit meiner Klasse Würfelergebnisse zusammengesammelt. Das heißt, hier habe ich eine Excel-Datei vorbereitet, die kollaborativ in Teams bearbeitbar war. Das heißt, nicht nur ich habe hier meine Würfelergebnisse eintragen können in der Spalte A, sondern eben auch die Schülerinnen und Schüler und so haben wir innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viele Ergebnisse gehabt. Ein Schüler hat gewürfelt, der andere Schüler hat hier eingetragen und wir haben hier in Echtzeit die Ergebnisse alle reinbekommen. Man sieht hier auch noch etwas ganz Interessantes, was ich immer wieder empfehle und wo man merkt, wie Teams alle diese verschiedenen Ebenen zusammenbringt. Das heißt, ich habe hier die Unterhaltung gestartet und habe neben meinem Dokument, neben meiner Datei jetzt auch noch die Möglichkeit, Unterhaltung zu setzen und zu führen. Und das ist natürlich wirklich praktisch, weil das ganz anders abläuft wie bei einer E-Mail-Welt. Ich muss nicht mehr E-Mails verschicken und im Anhang ist folgende Datei, sondern ich kann hier wirklich kollaborativ an einem Ort und Stelle zusammenarbeiten, kann Rückfragen machen, kann sagen, okay, was meinst du hier? Das heißt, nicht nur innerhalb des Klassenzimmers, innerhalb einer Klassensequenz die Kommunikation aufrechterhalten, sondern natürlich auch außerhalb des Klassenzimmers, weil Lernen kann ja überall und immer passieren auf alle Fälle. Ja, und wie ist diese Unterrichtssequenz dann weitergegangen? Das heißt, wie wir dann unsere 1000-Würfel-Ergebnisse beisammen gehabt haben, hat dann jeder Schüler ganz einfach hier auf Herunterladen geklickt und hat dann seine eigene Excel-Datei zum Weiterverarbeiten gehabt. Ein Hinweis an der Stelle auch noch, ich kann das Ganze natürlich auch im Browser öffnen, dann bin ich halt weg von Teams. Es ist aber immer noch dieselbe Datei und ebenso ist es immer noch dieselbe Datei, wenn ich das Ganze in meinem mächtigen Excel im Desktop Excel öffnen möchte. Also es wird nicht heruntergeladen und dann geöffnet, eine Kopie erstellt, sondern ich öffne direkt aus Teams diese Datei. Das ist sehr praktisch, wenn man dann diese mächtigen Funktionen von Desktop Excel benötigt, wie zum Beispiel die Zielwertsuche. Man kann natürlich nicht nur Dateien hier hochladen, sondern natürlich auch Dateien hier direkt drinnen erstellen. Das heißt, ich kann hier sofort mit einem Word-Dokument beginnen beziehungsweise das Ganze auch mit einzelnen Ordnern dann noch sauber anordnen. Wichtig ist, dass jeder Kanal eine eigene Registerkarte hat mit Dateien. Das heißt, auch im Kanal Kommunikation haben wir eine eigene Registerkarte, wo alle Dateien zu diesem Kanal zusammengesammelt werden und auch im Kanal Allgemein. Und da möchte ich auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Grundsätzlich habe ich ja gesagt, dass jeder Kanal immer es erlaubt, dass die Schülerinnen und Schüler diese Dokumente, diese Dateien auch bearbeiten, löschen und so weiter. Im Kanal Allgemein gibt es einen eigenen Ordner, eine eigene Bibliothek. Die heißt Kursmaterialien und wie das jetzt schon hier suggeriert, kann ich hier wunderbar die Dinge hochladen, die dann nicht von meinen Schülerinnen und Schülern gelöscht oder verändert werden können. Es gibt hier auch noch einen weiteren Praxistipp von meiner Seite. Man kann hier auch Dateien ganz nett anheften. Das heißt, ich kann das Ganze hier zum Beispiel oben anheften. Dann sind oftmals verwendete Dateien oder wichtige Dateien hier schöner dargestellt beziehungsweise offensichtlicher erreichbar. Man kann aber etwas weiteres noch machen. Ich kann hier zum Beispiel sagen, okay, wir brauchen dieses PDF häufiger und dann mache ich daraus eine Registerkarte beziehungsweise wenn ich hier dieses Excel mit den DEMO Star Wars Namen verwende, dann kann ich hier eine Registerkarte erstellen und man sieht hier schon, es ist jetzt eine eigene Registerkarte entstanden, so wie Beiträge und wie Dateien und Notizen, wo diese Excel-Datei angeheftet worden ist. Ja und jetzt noch ein Profitipp. Wie man erkennen kann, hat man hier eine Bearbeitungsleiste und SharePoint-Kundige haben es auch schon entdeckt, dass das Ganze sehr stark nach OneDrive beziehungsweise SharePoint aussieht und das werden wir jetzt auch gleich einmal machen. Ich werde diesen Dateiordner, diese Registerkarte in SharePoint öffnen und was sieht man hier, hinter jedem Kanal steht nichts anderes als ein SharePoint-Ordner. Das heißt, in SharePoint, dem zugehörigen SharePoint zu dieser Gruppe, zu diesem Team, werden diese Dateien abgespeichert. Was bedeutet das? Ich habe hier den Kanal 2, dort sind diese Dateien abgelegt und wenn ich jetzt eine Ebene höher gehe, zum Beispiel auf Dokumente, sieht man auch schon, dass die Kanäle General, Kommunikation, Arbeiten mit Dateien hier angelegt worden sind. Also noch einmal zum Vergleich, General ist der allgemeine Kanal, Kommunikation, Arbeiten mit Dateien und so habe ich die vollkommene Entsprechung hier in der SharePoint-Umgebung. Ist nichts anderes als eine SharePoint-Bibliothek und auch hier wieder der Profi-Hinweis, jeder, der seinen OneDrive schon synchronisiert, kann das auch mit dieser SharePoint-Bibliothek machen. Was meine ich mit synchronisieren? Ich kann das auch auf meinen Computer, auf mein Endgerät mappen, wie es schon schön im Englischen heißt und dadurch habe ich auch sofort Zugriff direkt auf diese Bibliothek von meinem Computer aus. Eine weitere Sache und das ist wirklich für die Extremprofis unter euch und solche, die es jetzt dann werden. Ich kann natürlich auch hier mit den ganzen SharePoint-Funktionalitäten arbeiten und was meine ich damit? Ich kann mir hier zum Beispiel ganz gut anschauen, wer hat denn jetzt Zugriff beziehungsweise welche Versionen gibt es denn hier, wenn ich hier zum Beispiel den Versionsverlauf einmal kurz einblenden lassen darf. Das zeige ich auch deswegen, damit man keine Angst haben muss, wenn jetzt etwas gelöscht wird, dann liegt das Ganze im SharePoint, im Papierkorb oder wenn jemand auf einer Datei zum Beispiel unerlaubt oder unabsichtlich eine Änderung gemacht hat, dann kann ich hier sofort das wieder zurücksetzen. Also alles kein Problem, es wird alles sauber mitprotokolliert. Zu den Informationen beziehungsweise den Berechtigungen noch ein kleiner Tipp, wie gesagt, für die Profis. Jetzt ist das Ganze so, dass meine Schülerinnen und Schüler ja Mitglieder meines Teams sind und dieser Schreibstift soll einfach zeigen, dass sie jetzt auch Bearbeitungsrechte haben an dieser Datei. Ich kann das aber ganz rasch auch sofort wieder umändern in nur Ansicht beziehungsweise wenn ich sie komplett aussperren möchte von dieser Datei, dann teile ich es nicht mehr mit ihnen. Und so kann ich ganz fein granulieren, was die Schüler bearbeiten können, was die Schüler sehen können und das Ganze funktioniert direkt in der SharePoint-Welt. Also noch einmal der Profi-Tipp, wenn ich hier in meiner Registerkarte auf Dateien gehe, dann kann ich mir das Ganze in der SharePoint-Welt im Hintergrund anschauen, habe dadurch auch die verschiedenen Möglichkeiten, das optisch auch noch anders darstellen zu lassen und somit wirklich effizient und effektiv meine Umgebung aufzubauen, so dass die Schüler nicht alles löschen können, so dass gewisse Dinge bearbeitbar sind. Also da entstehen dann ganz viele Möglichkeiten, wenn man sich das einmal durchgedacht hat. Eine der größten Stärken von Microsoft Teams ist, dass ich nicht nur Kommunikation und Dateien hier verwalten kann, sondern auch andere Inhalte. Und das geht am besten mit Hilfe von Registerkarten. Das heißt, ich habe vorher schon kurz gezeigt, wie ich Dateien hier anpinnen kann als Registerkarte. Wir haben hier diese verschiedenen Registerkarten, Beiträge, Dateien und Notizen. Und wenn ich jetzt hier meine Präsentation meinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen möchte, dann kann ich natürlich immer wieder sagen, ja, gehe jetzt da rein unter Dateien und öffne diese Präsentation. Ich kann das Ganze aber sofort auch als Registerkarte anpinnen. Und das hat einen riesengroßen Vorteil, weil ich dadurch als Lehrer das Ganze orchestrieren kann. Das heißt, ich kann sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben hier unsere Präsentationen, ihr könnt hier sofort darauf arbeiten, wenn wir in dem Kanal 3 drinnen sind. Aus der Praxis ist es natürlich auch ab und zu so, dass das sehr kleine Bildschirme sind. Das heißt, ich kann hier mit diesem Doppelpfeil, mit diesem Doppelpfeil kann ich ganz schnell die Registerkarten erweitern und bin sofort im Bearbeitungsmodus. Und wir können hier, wie ich vorher schon gezeigt habe, kollaborativ arbeiten. Möchte hier aber auch wieder erwähnen, ich kann das Ganze wieder herunterladen, beziehungsweise auch in der Desktop-App öffnen. Genauso gehen auch hier die Registerkartenunterhaltungen, also hier unsere Präsentation. Und warum ich das jetzt zeige, ist auch wieder verbunden mit dem am Anfang erwähnten Erwähnungen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch sofort schreiben, at Luke Skywalker, du musst hier bitte Folie 3 ergänzen. Und es ist eben ein anderer Weg, nicht ich schicke ihm die PowerPoint-Präsentation und er muss dann das ausarbeiten und wir wieder zurückschicken, sondern er wird hier erwähnt und kann sofort drauf auf dieser PowerPoint-Präsentation in Folie 3 drauf arbeiten und bekommt auch die Benachrichtigung und wird dadurch gleich an den richtigen Ort und Stelle geführt. Geht natürlich mit dem gesamten Team auch. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel die Klasse, heißt ja Sommersemester 2020, erwähne, dann habe ich hier sofort, zum Beispiel morgen geht es hier weiter. Wichtig ist immer, dass man das auch auswählt. So, morgen geht es hier weiter. Dann bekommen eben die Kids auch eine Benachrichtigung und wissen sofort, sie müssen hier weiterarbeiten. Das Ganze ist auch recht praktisch, weil Registerkarten hier unter Beiträgen dann auch wirklich aufklatschen. Das heißt, ich habe hier sofort die gesamte Unterhaltung dabei. Es ist auch die Registerkarte verortet und in diesem Feed, in diesem Beitragsfeed, wird alles protokolliert. Richtig genial wird es mit diesen Registerkarten zu arbeiten, wenn man externe Inhalte einbetten kann. Und das macht das Ganze eigentlich dann so richtig spannend, weil ich hier Content-Verwaltung auch in Teams darstellen und abbilden kann. Und ich werde jetzt hier ganz einfach eine Webseite hinzufügen. Eine meiner Lieblingswebseiten, die ich verwende, ist GeoGebra und habe hier ein Applet, ein Tool zum Thema Würfelwurf gefunden und das Ganze werde ich hier gleich als Registerkarte anpinnen. Dadurch brauche ich jetzt die Schüler nicht mehr dort hinbringen, das heißt den Link verteilen, sondern sie können tatsächlich hier in Teams, in dieser Umgebung dieses GeoGebra, interaktive GeoGebra Applet starten und stoppen. Da sieht man hier, wie zum Beispiel eine Würfelsimulation gemacht wird. Man kann das Ganze auch beschleunigen und man sieht dann hier das Gesetz der großen Zahlen. Das Ganze ist wirklich genial, weil ich hier ganz viele externe Inhalte reinbringen kann. Das heißt, wenn wir uns hier noch einmal kurz das anschauen, mit diesem Plus. Ich kann hier natürlich die Microsoft-Dienste verwenden, Dokumente anpinnen, haben wir schon gesehen, auch PDF-Dateien und so weiter. Aber es gibt eine riesengroße Bandbreite von verschiedenen anderen Verknüpfungen, Apps, die ich hier als Registerkarte verwenden kann. Ich glaube, jeder von uns kennt YouTube und werde das hier mal auch ausprobieren. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel YouTube hinzufüge, habe ich auch die Möglichkeit, direkt in YouTube zum Beispiel nach Wahrscheinlichkeit zu suchen und brauche dadurch gar nicht mehr rausgehen in die YouTube-Welt, bekomme da schon die Ergebnisse der üblichen verdächtigen Mathematiker, die auf YouTube unterwegs sind und werde hier vielleicht einmal dieses Video verwenden. Klicke auf Speichern und dieses YouTube-Video von Daniel Jung ist hier sofort eingebettet und ich kann es mir hier auch sofort anschauen. Hat auch wieder einen Zusammenhang mit dem, was ich vorher zu Thema Kommunikation gesagt habe. Ich kann jetzt tatsächlich über diese Registerkarten wieder meine Kommunikation aufbauen. Also das habe ich schon gezeigt. Ist sehr mächtig, sehr praktisch in der Realität, weil alles an einem Ort zusammenkommt. Die Schüler müssen nicht wieder weggehen von Teams und irgendwelche Links öffnen und dann werden sie mit Werbungen zugemüllt, sondern hier hat man alles an einem Ort und es bleibt auch sauber so lange erhalten, wie man das da oben angepinnt lässt. Wieder ein paar Empfehlungen aus der Praxis. YouTube ist natürlich allen bekannt. Ich empfehle auch immer anzuschauen Quizlet. Da findet man richtig coole Quizzes und ein Tool, das sehr neu unterwegs ist. Wakelet ist auch immer wieder etwas Tolles anzuschauen. Dort kann man verschiedenen Inhalt auf einer Webseite zusammenfassen und auch schön aufbereiten für Lernpfade und so weiter. Und auch ein wirklich praktisches Tool aus der Praxis ist Flipgrid. Hier kann man verschiedenste Videos aufzeichnen und aufzeichnen lassen und so die Schüler auch zum Reden bekommen. Und ich finde das wirklich praktisch, gerade als Mathematiker, wenn sie dann diese Tools einsetzen und wenn sie hier zum Beispiel auch Dinge erklären, sich gegenseitig Dinge erklären können. Und deswegen gibt es hier eine Fülle von verschiedensten Tools, die im Bildungsbereich sicher mit Gewinn eingesetzt werden können. Grundsätzlich ist es so, dass nur der Lehrer jetzt gerade Registerkarten hinzufügen kann. Das heißt, bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Mitgliedern des Teams wird dieses Plus nicht erscheinen. Manchmal macht es sogar Sinn, dass Schüler auch hier mit eine Registerkarte erstellen können. Das Ganze geht dann ganz einfach so, dass ich im Team verwalten unter den Einstellungen meinen Mitgliedern das eben erlaube, dass sie Apps hinzufügen können, dass sie etwas hochladen können, dass sie Registerkarten erstellen können und auch diese Konnektoren. Also dadurch erhält der Schüler, die Schülerin das Recht auch hier auf dieses Plus zu klicken und kann dann verschiedenste Dienste hinzufügen. Grundsätzlich ist es aber so, dass nur der Lehrer das machen kann und somit kann er seinen Kurs auch perfekt orchestrieren. Gut, das war jetzt der erste Teil dieses Microsoft Teams Webinars und ich hoffe, ich konnte dir ein paar wertvolle Tipps bereits geben. Im zweiten Teil schauen wir uns dann ganz genau das Aufgabenmanagement an, denn nur so wird ein Kursteam wirklich zu einem Learning Management System. Natürlich werden wir auch einen Blick auf die OneNote Class Notebooks und die Einbindung in Microsoft Teams werfen und ich habe noch ganz viele Tipps aus der Praxis für dich. Also, auf zum zweiten Teil. Mein alter Ego Kurt Rocks und ich freuen sich schon auf dich. Also, auf zum zweiten Teil. Ich weiß ja, bis zum zweiten Teil. Vielen Dank.